Absolute und relative Häufigkeiten. Da macht Mathe wieder Spaß. Das Thema ist eigentlich schön leicht zu verstehen. Ich stelle eine passende Tabelle zu der Grafik, in der die absoluten und relativen Häufigkeiten sowie die Zeilensummen dargestellt werden. Zu was eigentlich? Zu dieser Grafik hier. Wir haben hier erstmal unterschiedliche Objekte. Wir sehen zwei Herzen, wir haben ein paar Kreise, Dreiecke und Vierecke. Das heißt also, wir haben hier unterschiedliche Objekte und dazu sollen wir eine Tabelle anfertigen. In der ersten Zeile legt man immer erstmal die Merkmale fest, um die es geht. Das ist hier sicherlich die Form. Wir kennen diese Form und dann sortiert man die einfach mit rein, indem man dann sagt, wir haben Herz, Quadrat, Dreieck und Kreis, vier unterschiedliche Merkmale. Und das Merkmal sozusagen ist hier die übergeordnete Bezeichnung, wie dieses Merkmal ist, Form. Hier siehst du dann noch so ein komisches XI. Das I steht im Index von dem X. Das steht für die Merkmalsnummer. Man sagt auch für die Indexmenge. Denn Indexmenge, wie viele Mengeneinheiten haben wir hier von den Merkmalen? Wir haben 1, 2, 3, 4. Also nummeriert man durch. Herz wäre das Merkmal X1, Quadrat wäre das Merkmal X2, Dreieck wäre das Merkmal X3 und Kreis wäre das Merkmal X4. Und dafür schreibt man stellvertretend XI hier einfach hin. Außerdem hat man hier hinten noch eine sogenannte Kontrollspalte, nämlich die Summe von diesen ganzen Merkmalen gleich für die absoluten und relativen Häufigkeiten. So, jetzt zählt man aus. Die absoluten Häufigkeiten, die schreibt man immer mit einem großen H und dann einfach in Klammern dahinter XI für das entsprechende Merkmal. Das heißt, die absoluten Häufigkeiten zum Beispiel für das Merkmal 1, X1, Herz, wären 2. Denn das Herz kommt zweimal vor. Das Quadrat kommt dreimal vor, also 3. Dreiecke können wir abzählen, sind 10 und Kreise kommen fünfmal vor. So, das heißt, man kann jetzt die Summe daraus bilden und stellt fest, es sind insgesamt 20 Objekte in diesem Bild. Und jetzt kommen wir zu den relativen Häufigkeiten und die sind super leicht auszurechnen. Du musst dir einfach nur merkmalsweise hier die absoluten Häufigkeiten nehmen, die in den Zähler packen und in den Nenner packst du die Summe von allen absoluten Häufigkeiten hier dieses Experiments. Ich nenne das einfach mal Experiment. Dann haben wir mal, diese Objekte sind hier rausgekommen. Es sind 20, also immer bei den relativen Häufigkeiten die Summe, die 20 in den Nenner packen und in die Zähler einfach die absoluten Häufigkeiten je Merkmal. Und dann sieht das Ganze so aus. Du siehst hier, in allen Nennern steht eine 20, weil die 20 ist die Summe der absoluten Häufigkeiten. Und dann habe ich hier einfach die einzelnen absoluten Häufigkeiten nur in die Zähler übertragen und in den Taschenrechner getippt und ausgerechnet. Denn in der Regel gibt man relative Häufigkeiten als Dezimalzahl an. Und meistens entweder mit zwei Nachkommastellen oder mit vier, je nach Aufgabe. Wir haben es jetzt hier einfach mal mit zwei gemacht. 0,1, 0,15, 0,5, 0,25, das muss in der Summe immer eins ergeben, 100 Prozent. Denn es ist ja klar, diese ganzen Objekte müssen in irgendeiner Form einem dieser vier Merkmale zugewiesen werden. Und wenn man dann insgesamt nicht auf 100 Prozent kommt, dann hat man ja irgendwas vergessen. Also immer 100 Prozent oder halt als Zahl ausgedrückt, das relative Zahl 1 in diesem Fall. 0,1, 0,15, 0,5 und 0,25. 0,5, 0,15, 0,15, 0,15, 0,15, 0,25.